Ihr beiden scheint euch ja gut zu kennen. Wir haben einen Sohn zusammen. Oh, tut mir leid. Schönen guten Abend aus dem Cockpit. Hier spricht ihr Kapitän. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Danke für Ihr Vertrauen. So, Leute. Ich habe... Ich habe... Wir haben einen 7-5-0-0. Jetzt mach schon! Mehrere Männer haben versucht, das Cockpit zu stürmen. Aber wir konnten das verhindern. European 162 verstanden. European 162. Der Käpt'n ist verletzt. Was mit der Crew ist, weiß ich nicht. Sie haben eine Geißel. Sie töten sie, wenn ich die Tür nicht aufmache. Willst du noch mehr Leute sterben sehen? Tut das nicht. Bitte. Halt dich! Hey, mich, hey! Mensch! Mach mich nur! Ich darf die Tür nicht aufmachen. Fuck! Ich flehe dich an. Engel, ich will dich! Bitte, bitte. Es tut mir leid, aber Sie wissen, dass Sie die unter keinen Umständen ins Kompett lassen dürfen. Passagiere, schnallen Sie sich an! Los, mach ihn fertig! Sie haben keine Waffen! Zusammen könnt ihr sie überwältigen! European 162. Wie ist der Status? Ich verstehe, wollen Sie die im Auto beachten sogar zu bedährten? airisch? Wer ist das? Ich Eh?